Yo Leute, ich bin das Video. Wie ihr seht, habe ich hier unten mein Packchen, das ich nach dem Intro öffne. Querfeld 1. So, das gucken wir mal zusammen rein. So haben wir hier einmal. Wie man da gut sehen kann, Call of Duty für PC und Call of Duty United Offensive auch für PC. Noch alles drin. Mal schauen, wie die Rete aussieht. Ja, doch. Doch. Keine Kratzer, nur ab jetzt den Verstand. Jetzt noch hier. Ja, doch. Doch, gut, gut, super. Ja Leute, das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Like und Abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ja. Und weiter.